Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ozone Nummero Drei. So, ähm, ja, wir spielen weiter. Was ist das? Moment, da muss ich noch was posten. Gut, gepostet ist es, dann schauen wir mal weiter. So, die Sachen haben wir letzte Folge fertig gemacht, die Grasfläche für Tiere sollte auch da sein. Äh, und ja, als nächstes werden wir dann halt den Coke Oven fertig machen, sobald der Hamseed gewachsen ist, dass wir da, ähm, ran können. Und was ich noch testen wollte, wäre das Karma, da brauchen wir einmal das Karma-Dingen hier, um da mal zu testen, ob das, ach, ob man das benutzen kann. Das war auch noch ein Wort und wir haben keinen Holz mehr, ah doch, haben wir, easy. So. Ich bin mir interessiert, ob man damit, äh, halt Seeds kriegt. Nö. Nicht wirklich. Oh, da kriegen wir Seeds, das ist gut. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Hier. Canola wird wahrscheinlich auch sowieso erst später interessant, aber... Kaffee! Kaffee ist immer wichtig. Na, ist logisch. Kartoffeln sind natürlich auch wichtig. So, der ist wichtig, dass der wächst, da hinten. Der ist wirklich wichtig. So. So, Kaffee haben wir. Das haben wir auch. Wie gesagt, fehlt uns, uns fehlt noch der Hempseed, dass wir da, ähm, das Fiber kriegen, dass wir da weitermachen können. Wir können theoretisch aber schon... Im Prinzip hier weiterbauen, weil... Im Prinzip hier weiterbauen, weil... Immersive, äh, Immersive, in der Engineering natürlich, kommt er dann jetzt auch langsam. Da ist das Gebäude ja Ende, theoretisch. Mit der Schmelze. Weil ich sehe, dass die Schmelze nach rechts... Einer Rechtsgesetze, warum? Warum hab ich die eigentlich nicht mitten reingesetzt? Weiß das einer? Ne, ne? Weiß wahrscheinlich keiner, ne? Bei? Bei? Bei. Weil von dem Platz her ist das gleich. Aber vielleicht hat er deswegen nicht gepasst. Weil es ja weiß, vom, vom Abstand her ist das ja gleich. Ja, war klar. Irgendwas ist ja immer. Kann ich hier den Schüssel bauen? Ja. Sehr gut. Ich würde da aber vielleicht direkt das Gebäude dran sitzen, wenn... Ich würde da mal überlegen, wir müssen... Klar, hier das Gebäude. So, der Coke-Ofen ist drei, ne? Das heißt, bis hier wird der gehen. Theoretisch von der Wand. Das wird ja passen. Dann könnten wir theoretisch hier der Eingang machen. So, hier. Siehst du? So. So. Da wäre theoretisch hier der, der Coke-Ofen in der Ecke. Und da wäre halt ne Wand. Die Wände kommen tatsächlich, wenn ich, äh, Stone brenne. Er dauert halt noch ein bisschen. Hier kommt der Coke-Ofen dann in der Ecke. So. Hier können wir dann irgendwie, was weiß ich, Erde dann wieder rein machen oder so. Dass er da ein bisschen schöner aussieht. Gras dann pflanzen, wenn wir Gras haben. Und für die Gäste-Kiste. Dann haben wir das nämlich auch. Zu. Erstmal verfackeln. So. Aber Gras-Heats haben wir, glaube ich, gerade nicht, ne? Ne. Wir haben Ends in Spores. Das ist für Mycelium. Unser Hemms-Heat schon gewachsen? Nein. Gott. So. Dann haben wir das nämlich auch noch. So. Wir müssen auf jeden Fall, ähm, wir müssen auf jeden Fall mal wieder Holzkohle brennen. Würde ich sagen. Dass wir da auch mal wieder vorankommen. Dass wir da mal ein bisschen was haben. So. Das haben wir. Oh, noch ein Man-Seat. Cool. Und ein Jungle-Seat. Ja, ist klar. Klar kriegen wir jetzt noch ein Jungle-Seat, ne? Logisch. Das war klar, dass wir jetzt noch ein Jungle-Seat kriegen. Ja, dann würde ich sagen, dann nehmen wir uns das Ding doch noch mal mit. Nehmen wir noch mal zwei Kisten mit. Ein bisschen Eisen. Und zwar genau fünf und dann noch mal acht. Das heißt, äh, äh, 13. Einmal so machen. Einmal so. Ja, da haben wir bei. So, Jungle-Seat. Ja, doch. Habe ich doch. Passt. Dann du. 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 Und. Du. Haben wir nämlich Jungle auch. Ja, ne? Aber Jungle ist halt auch gut, weil da gibt's Kakao von. Von den anderen, außer denen gibt's, glaube ich, noch Äpfel. Bei denen gibt's halt Kakao. Und dann müssen wir halt weiterschauen, ne? Jungle. So. Das haben wir. Dann haben wir, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Bäume schon haben, aber wir haben auf jeden Fall schon gut verschiedene Bäume jetzt hier angepflanzt. Wie gesagt, uns fehlt jetzt noch das Hemd, das dann mal wächst. Ein weiter. Wir haben jetzt, ich hab jetzt leider keine Dingens dafür. Und wir haben Pumpkin schon. Sehr cool. Gibt halt vier Seeds. Ich mein, wir hätten genug Pumpkin Seeds, ich weiß, aber wir haben auch schon einen Sugar Cane, guck mal. Wir haben sogar schon einen Kaktus. Komm auch schon. Aua, aua. Was ist mir jetzt hingefallen? Hallo. Magnet wäre geil. So, haben wir jetzt auch schon ein bisschen Kaktus verteilt. Läuft. Würde ich sagen. Da muss ich mal einen Apple Juice reinkloppen. So. Sorry, da muss ich mich zwischenmöglich üben, weil ich husten muss. Okay. So, dann haben wir das. Wir brauchen noch normale Kohle. Ähm, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob wir normale Kohle brauchen, ob wir die Dingens Kohle benutzen können. Die Charcoal, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ob das hier vielleicht auch geändert ist. Das ist normaler Stone, ne? Genau. Richtig. Ein normaler Stone ist halt noch teuer. Komm, Hemp, jetzt wachs da. Meine Fresse, ey. Das dauert. Ganzer Schmuh. Egal, gehen wir noch ein bisschen Erde sieben. Vielleicht können wir noch ein Gras zieht. Will ja nur einen haben. Reis. Toll. Klar gibt es halt was, was wir noch gar nicht haben. Logisch. Äh, ja, machen wir erstmal hier hin. Scheiß drauf. So. Was haben wir noch da? So ein Gemüse gekriegt hier. Hä? Was reißt du anpflanzen? Du wolltest einen Lumpenloi. Wir haben eine Meloni gekriegt. Wie gesagt, ich muss ja für das Hemd noch warten. Und dann. Wir können theoretisch auch mit M was weitermachen. Ja. Können wir schon mal kurz Erde holen wieder. Auch das war wieder sterben. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen. was ich da prügel gekriegt hab echt hart aber wieder zwei napstacks passt egal aber das ding kommt da oben hin zum glück da bin ich nicht ein loch gefahren würde ich sagen passiert auch mal naja ich hab da auch die erde vergessen tatsächlich dazwischen kommt ja auch er da rein wenn so schon besser ja du musst aber so weg weil hier um die wand schauen wir mal da kann man so lassen oder dann warum nicht so 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 das hebt so ein bisschen so ein bisschen hebt das an wenn man hier lang geht dass man hier ein paar Bäumchen sieht ich finde das sieht eigentlich immer relativ cool aus da kommen noch ein paar Pflänzchen rein Gras zieht später und fertig was ist jetzt mit dem Hemd wachse wachse warte mal ich hab doch Bohnenmiel vielleicht geht da der wenn wir haben wir so ein ich hab doch Bohnenmiel vielleicht geht das man hat gewartet dann geht mir richtig auf Eier ha easy das haben wir auch ein bisschen mehr 5,6 so easy die Quest auch fertig jetzt kommen Engineer's Hammer Engineer's Hammer wo ist er denn da zwei Sticks eins von den Hemd und zwei Eisen das haben wir auch schon alles da brauchen wir nur noch das Clay Koke Koke da 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 Auffällig. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Schon über zwei Sticks von dem Zeug. Easy. Ja, ich kann nicht schlafen. Tut mir leid, aber geht nicht. Ich habe noch kein Bett. Haben wir das auch? Nein, du nicht. Dich. Dann können wir ja zur Sicherheit mal kurz noch ein bisschen weiter bauen. Weil sie mich sonst schon da auch absegeln. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir Steine kriegen irgendwann. Ich bin jetzt gerade überlegen. Ich glaube, das geht nicht mit denen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht mit Charcoal geht. Also es ging auf jeden Fall nie, meine ich. Aber hier bin ich mir nicht so sicher. Nein, war klar. Gut. Dann müssen wir normale Kohle nehmen. Um Creo so zu machen. Das heißt aber auch, wir müssen normale Kohle haben. Kohl. Wo gehen wir normale Kohle jetzt nochmal her? Aus Gravel. Aus Gravel. Aus Gravel. Gravel haben wir sogar noch. Ein Viertelstück. Den werden wir mal ein bisschen sieben. Vielleicht machen wir immer drei Dinger hier. Dann sieben wir die mal. fall? So. Wo bin ichural? Ich danke dir so zu��. Woah. Wo bin ich sehr, weil sie so und wir haben tatsächlich nur zwei kohle gekriegt ernsthaft dann müssen wir gleich noch ein bisschen gravier machen würde ich sagen wenn wir da so wenig kriegen aber gut dann ist also was machen wir so und kennen die zeug das essen lapis das war noch ein bisschen gravier machen gleich aber die folge ist schon wieder vorbei habe ich gerade gesehen und ich würde sagen wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da lasst ein kommentar da ansonsten wieder einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer wir sehen uns beim nächsten mal bei einer runde projekt ozone nummero drei schüssigen